Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Gardens Between. Wir sind hier gerade noch in der Welt mit dem Baumhaus und ich muss gerade wieder ein bisschen reinkommen, weil es tatsächlich etwas her ist, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. So, damit können wir hier die Teile hoch und runter bewegen. Okay, das bringt uns aber... Ah, Moment, wir müssen wahrscheinlich... Jetzt ist die Frage, ich kann gerade die Höhe von dem Ding nicht richtig einschätzen. Wenn wir hier unsere Lampe draufstellen, dann müsste das doch eigentlich... Jawohl, ja, das Licht hier einsammeln. Dann können wir das mitnehmen. Also... Ich schätze mal... Ich lasse es jetzt mal auf der anderen Seite runter. Wie weit kann ich das denn... Ich kann das ganz runterlassen. Komme ich da ran? Ich befürchte nämlich, dass es jetzt zu hoch hängt, dass ich da überhaupt nicht rankomme. Ne, aber hier brauche ich das Licht sowieso. Jetzt ist die Frage, präpariere ich das vorher schon so, dass ich... Entsprechend... Ich weiß halt nicht, wo ich als nächstes das Licht... Absetzen muss. Ich packe das mal so hin. Ich hoffe, das passt so. So, dann marschieren wir einmal hier außenrum. Und... Es werde Licht. Achso, ja stimmt, wir verlieren unser Licht ja sowieso hier. Total vergessen. So, aber... Dich können wir jetzt wieder abgeben. Und indem wir das ganz nach unten lassen... Bekommen wir hier wieder Licht. Oh, das ist... Das ist irgendwie total cool gedacht, das ganze Level-Design. Das gefällt mir gerade echt gut mit dem... Mit dem... Mit dem, äh... Flaschenzug, der hier das... Unterschiedlich hoch und runter kurbelt. Ach, das ist echt super. So, hier brauchen wir halt... Ja, super. Äh, wie kriege ich... Das... Da weg? Ah, ich habe eine Idee. Die Frage ist, bringt uns das was? Ich probiere das mal aus. Wenn wir die Lampe nochmal da drauf stellen... Auf diese... Ebene hier. Stell mal die Lampe da drauf. Reicht das... Um das Licht da zu entfernen? Ja, tut es. Sehr schön. Und jetzt passiert? Okay. Das muss ja aber zu irgendetwas gut sein, oder? Weil, wenn ich mir jetzt das Licht schnappe... Da muss ich ja jetzt... Doppeldenken, oder? Jetzt ist das im Weg. Wenn es da oben ist... Gibt es da irgendwas, wo ich mein Licht verlieren muss? Und wo... Beziehungsweise wozu ich mein Licht verliere? Ja. Da oben, weil dann der Nebel weggeht. Da ist so eine Nebelbrücke. Okay, dann passt es ja. Aber dann habe ich ja schon mal gut... Voraus geplant. So, Licht hinfort mit dir. Achso, ich... Ich will auf den Leitern immer nach oben drücken. Ich muss... Ich kann ja nur nach links oder nach rechts drücken. Um die Zeit vorwärts oder rückwärts zu spulen. Und dann entsprechend... Nein, halt... Du aktivierst das. Dann müssen wir jetzt erstmal ganz hoch fahren. Ganz nach oben! Dann stellen wir die Lampe da drauf. Ähm. Ähm. Ich wollte eigentlich... Die Lampe drauf abstellen. Das macht jetzt... Die... Gesamtsituation ein bisschen kompliziert. Muss ich vielleicht... Nee, dann kommen wir da unten ja gar nicht mehr vorbei an der Nebelwand, oder? Wenn ich die Lampe da drauf abstellen würde, dann... Nee, das geht nicht. Dann kommen wir da unten. Da ist eine Nebelwand, an der würden wir nicht vorbeikommen. Kann ich das vielleicht irgendwie so halb hoch hängen lassen? Das geht. Dann... Denkt sich die Kiste aber so komplett... Nö. Wenn ich das so mach? Nee, dann gleicht das aus. Nee. Wie tief kann ich denn gehen ohne... Okay. So funktioniert das nicht. Los! Spring! Spring hinterher und... Äh... Ah! Ah! Ach so, ja, natürlich. Da hab ich ja gar nicht mehr dran gedacht, dass das funktioniert. Und dann können wir das Licht abgeben und haben das Level geschafft. Wundervoll! Das hat mir von der Denkweise her sehr gefallen. Und wir haben die Welt abgeschlossen. Die Baumhauswelt. Das war jetzt... Die dritte, gell? Da sind sie dabei, das Baumhaus zu bauen. Ich meine, das war... Oder war das erst die zweite? Bin ich jetzt blöd? Es gab doch irgendwas vor dem Wohnzimmer, oder? Jetzt bin ich grad... Jetzt bin ich grad... Wartet mal. Doch, ich meine, das Umzug-Ding war auch eine eigene Welt. Was haben wir hier jetzt? Das linke ist ein Computer... Und ein Rechenschieber... Und das rechte ist ein Fossil... Ein Dino-Schädel, oder so. Mal schauen, was uns da erwartet. Mal schauen, was uns da erwartet. Nach dem viel zu langen Ladebildschirm. Aber es gibt hier jetzt... Äh, erste Gerüchte... Zu einer leistungsstärkeren Version der Switch. Mal schauen, ob da was dran ist. Dann würden auf jeden Fall die... Ähm... Ladezeiten ein bisschen runtergehen. Zwei... Sieben... Sechs... Vier... Okay, das hat bestimmt noch irgendwas... Zu... Sieben... Zwei... Sieben... Sieben... Zwei... Sieben... Sechs... Vier... Ähm... Ja, da werden wir bestimmt noch ein Passwort brauchen, oder so. Was können wir denn hiermit kontrollieren? Den Drucker... Aber mehr als ein Blatt rauslassen, tut der auch nicht. Ah, und hier haben wir... Sechs... Vier... Vier... Moment... Moment... Was leuchtet denn? Sechs... Vier... Vier... Sechs... Moment... Habe ich einen Stift? Da habe ich einen Stift und da habe ich was zum Schreiben. Sechs... Vier... Vier... Sechs... Sieben... Was ist das? Sechs... Äh... So, dann probieren wir mal, ob wir die Zahl irgendwie draufklicken. Beziehungsweise, wir kriegen sie ja vermutlich irgendwie drauf. Die Frage ist, wie wir sie draufkriegen. Was war's? Sechs... Vier... Vier... Sechs... Sieben... Sechs... Jetzt, guck mal! Das war ja sogar... Ich hatte halt die ersten zwei Ziffern schon drauf voll, gell? Was ist denn das? System... Irgendwas... Ähm... Okay... Kann ich da... Ne, den Drucker kann ich da nicht auswählen. Ha! Mal schauen, was wir damit jetzt noch machen können. Welche neuen Möglichkeiten sich uns hier offenbaren. Ah, hätte ich vielleicht... Kann ich... An dem Computer... Ah, jetzt muss ich leider nochmal komplett zurück. Es tut mir leid. Das kann man aber irgendwie auch nicht beschleunigen. Kann man an dem Computer... Das Lichter freigeben. Ähm... Was hat's jetzt gemacht? Ich muss das nur sehen im Hintergrund. Das wird aber... Ach, das... Nein... Das ist... Doof, dass man es erst so spät sieht. Oder kann ich das vielleicht von der anderen Seite schon sehen? Sehe ich von hier aus... Ah, da sehe ich das. Irgendwie verstehe ich es nicht. Muss ich da irgendwas mit dem Drucker machen vielleicht? Jetzt ist, glaube ich, der Drucker ausgewählt, oder? Okay, und der Drucker... Sagt irgendwas von wegen Sternen? Was möchte uns das Spiel mit dieser Botschaft mitteilen? Also, blau ist vermutlich der Junge und rot ist das Mädchen, weil... Äh... Vorurteile und so? Ich weiß nur leider nicht... Was wir jetzt hier machen können... Ah! Moment! Moment! Ich muss nochmal ganz kurz... Da haben wir nämlich... Auch zwei Knöpfe. Das war... Der lange, der ist... Der muss vertikal und der kleine muss horizontal sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Die Frage ist... Die Frage ist... Ah! Schau mal einer, guck und jetzt... Müssen wir aber trotzdem die Pflanze... Kann ich die Pflanze vielleicht auch mit irgendeiner Frequenz... Zum Leuchten bringen, oder brauche ich dafür wieder den Computer? Ich befürchte ja, dass wir dafür den Computer brauchen. Ja, dafür werden wir den Computer brauchen. Und den ganzen Weg wieder zurück. Das finde ich ein bisschen doof. Da hätte man vielleicht noch eine Taste belegen können zum Beschleunigen oder so. Dass man eben, wenn man sehr viel so Backtracking machen muss, wie jetzt hier in dem Level zum Beispiel... Moment... Zack, 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 zack. Und jetzt müsste ja eigentlich... Kann ich hier noch irgendwas machen? Ne, hier kann ich nichts mehr machen. Okay. Jetzt habe ich hier am Computer eingegeben, dass die Pflanze freigegeben wird. Ha. Hat aber nicht funktioniert. Was könnte man sonst noch machen? Frequenz vielleicht? Nö. Um weiterzukommen, brauchen wir definitiv Licht. Aber Licht... Gib it nisch. Was haben wir denn sonst noch für Optionen? Wir haben ja eigentlich keine Optionen, außer den Computer am Anfang. Und hier am Drucker was rumzuspielen. Aber das... Am Drucker rumspielen... Bringt uns ja vermutlich... Nichts mehr. Außer, dass jetzt vermutlich wieder nichts drauf ist, weil ich... Hä? Okay. Aber es hat doch jetzt... Was bringt uns das denn jetzt? Ich meine, ja, wir haben ein Bild von der Pflanze. Wo kommt denn das Ding daher? Ah, Moment. Ich habe... Ich habe eine Idee. Ich habe... Ich habe gerade das Rätsel... Grundlegend, glaube ich, verstanden. Wenn wir jetzt nämlich was anderes drucken, dann kriegen wir was anderes raus. Genau. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was uns das bringt, beziehungsweise wo das Teil wieder rauskommt. Ich will das jetzt nur ganz kurz ausprobieren. Okay, das scheint uns vorerst nicht weiterzubringen. Weil wir damit noch überhaupt nicht interagieren können. So, was war die letzte Option? Irgendwas zum Bimmeln. Was zum Bimmelding. Na, dann spuck mal aus. Mal schauen, was wir davon haben. Vielleicht weckt das die Pflanze auf, die wir brauchen. Okay, da habe ich ganz kurz gebraucht, um das Rätsel zu verstehen. Aber wir sind ja auch ohne weitergekommen. Jetzt stellt sich nur die Frage. Bringen uns die anderen Optionen auch noch was? Oder war das das ganze Rätsel? Ist es jetzt... Wir haben jetzt die Pflanze und da drin ist das Ende des Levels. Nein, dann war... Dann war es das tatsächlich. Und das andere war nur, um... Ja, zu zeigen so. Ja, es gäbe vielleicht noch andere Optionen. Wir machen nicht nur das rein, was euch weiterbringt. Okay, cool. Nice. Super nice. Freund, dann würde ich aber sagen, um das Level hier kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao, ciao. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020